hallo und jetzt willkommen zu einem neuen verfolger des games und wie versprochen die neue siwana ich finde sie ganz gut gelungen im motto ist relativ nur freundlich die haare sind jetzt teilweise ein bisschen aber ich finde sie muss ich sagen wirklich ganz gut aus und ja bringt sie nach hause bei der erkundung der trübe und griff befreit sich eine junge frau aus einem ohr alten sagt gefragt sie wartet mich sie nach hause zu bringen ich will sagen das machen wir nachdem ich die jetzt schon mal gewesen das war falsch oder warte ja ich glaube ich muss da tatsächlich wieder raus wo ich reingekommen bin naja was der reinkommen muss auch ja raus das geht doch der gargäuil reicht an na toll na toll der weg ist versperrt will ich sagen wir sind immer noch nicht da äh was wie lange wartet da hä haben wir eigentlich alles in der letzten folge schon gefragt aber soll's äh wie kommen wir dann bitte schön hier raus ich dachte das wäre ein erdweben aber ist ja nicht so dass es die nicht gibt bei uns ähm auch äh ähm was tue ich denn jetzt ich will ja irgendwie raus jetzt muss ich erst mal wieder da hoch hier wird's glaube ich nichts ähm das ist jetzt sehr blöd ne ich seh nix ich seh nix ich kenn den weg nicht der alte weg ist auch nicht mehr begehbar also wahrscheinlich doch da lang wieder aber hier ist doch nix äh aber hier ist doch nix was ach einfach ne hänge groß war ich hier schon mal nein okay das ist gut sehr schön sehr schön sehr schön ja und jetzt ach draugriff ui hu oh hi Mist oder vielleicht gut ich weiß es nicht entscheide ich gleich später ob das gut oder schlecht oder runter zu fallen ja ist es ich will wirklich die drachenhaut nehmen dafür braucht es aber echt brutal viel magie ich habe nicht genügend magiker äh uch ach du ja jetzt war besser als gar nix ja natürlich blasenpilzchen aber jetzt krankheit vielleicht darf ich jetzt noch mal das ist einer so ne scheiße diese one hits falls ich es nicht schon mal erwähnt habe das riecht gerade mega auf da wundert man sich dass man einfach 10.000 mal f5 drückt ne weißt du aber diese ich mag ne genuinen gegner schwer alles ist schön und gut aber one hits müssen nicht sein one hits müssen einfach nicht sein das ist für mich gehört sich in keinem spiel bei keiner spielzeit also vielleicht bei einem boss gegner aber das ist ja kein boss das ist ja ein typischer standard gegner das ist ja nicht nur bei solchen starken gegner es ist ja auch bei anderen starken gegner als die one hits machen und das einfach du kannst einfach gar nichts dagegen zu tun wie gesagt ähm beim zweiten schlag also wenn er erst 99 prozent der energie zieht kein problem finde ich nicht schlimm wenn man gut ist schafft man es dir vorher die energie aufzuladen ähm einen trank zu trinken oder so ne aber mit einem schlag finde ich scheiße was macht die denn jetzt eigentlich auch magie äh doch so jetzt drauf 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 er ist gelähmt er ist gelähmt die sollen euch holen so eine kacke so eine richtig dreckige scheiße es macht keinen spaß mit one hits also kannst du ich kann ja nichts mehr machen wenn der den schlag raus geholt hat ist schon jetzt schlägt mir noch einer auf ihn ein so jetzt drauf 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 hier im Kindergarten in der Grundschule ein schlag und ich bin tot das ist so eine scheiße das ist richtig das ist einfach kacke ist das das macht keinen spaß vor allem außer die tatsache ja ich schlag mit der stärksten waffe überhaupt mega verzaubert alles mit einer so ich ziehe hin ich ziehe hin vielleicht seine portokasse ab und ich bin hätte ich wohl vielleicht machen kann die tierische gestalt ne so naja solange ich die gelingenheit habe flüchtig aber jetzt verzaubert sie oder was naja ich kann es versuchen und wir sind wieder im spiel da hinten ich finde doch die halten immer so ne gut das stört mich ja nicht mehr bei Legendary das ist ja eigentlich ein gewollter Effekt dass die Kämpfe hier schwerer werden deutlich schwerer muss man dazu sagen aber halt dieses One-Hit One-Hit muss nicht sein so wir haben ihn wir haben ihn wir haben ihn so was haben wir dabei 2 Gold und ein Phoenix Ninjato für den ich dann aber zu schwer bin naja ne toll ähm so ich weiß ich weiß Joll das schließt sich immer noch nicht aus gefährlich und großartig manche leute mögen den Kick äh was ist das denn Stadion das ist hier die Arena die Kämpfe abgehalten oder was warum so viele Trockenblumen ja der einsatz Zuschauer ne würde ich sagen ich sehe wieder nix oh oh äh und das Minion oh mein Gott der hält auch wieder viel aus obwohl er ja gar keine Rüstung hat ne ich sehe wieder ein nüßelind ja ich ja hat der dann schwarzes Loch oder was ist das was ist das das ist ja auch so ein schwarzer Loch zauber oh der hält auch so viel aus obwohl er ja gar keine Rüstung hat ne was jetzt schreit ihr auch noch rum ja danke sowas finde ich allerdings sogar weniger schlimm so zu sterben meine chest meine chest aha so lieber 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 wo ja ah dieser eine Lichter ey der sieht viel aus ich weiß nicht was Licht in Deutsch heißt das ist das Problem ja der der hat irgendwie war ein mh wie wahrscheinlich kannst du die Falle sogar noch aufmachen Ja, du bist nichts. Ja, jetzt ist es wo, Marvin. Wo ist er denn, der Licht? Ach da. Ey, der kriegt keinen schon, ne? Was zur... Was denn jetzt passiert? Ja, natürlich. Man weiß, wenn du noch Umschlag bist... Was lerne ich, was lerne ich, was lerne ich. Oh, aus der Lebenskraft entziehen. Was ist denn das? Entziehen dein Gegner gleichzeitig magisch und sterblich in der... Ach so. Ja. Ne, jetzt nicht so special... At all. Oh. Okay, kümmern wir uns darum, erst die kleinen Gegner hier zu töten. Vielleicht bringt uns das was. Na toll. Oh, plötzlich ist er ruhig. Kann ich den? Da habe ich nicht genügend Magiker. Ja, dann riech die mal. Oh, oh. Gar nicht gut. Okay. Damit der tot ist. Und Kerzenstein. Das ist echt so eine Kampf-Arena, ne? Halt. Ich speichere mal. So. Der Wuffergletsch ist auch schon jetzt schon ganz in die Hälfte. Ui, 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 war knapp. Ich habe das Gefühl, es ist, äh, hier einer der wichtigeren Zauber gewesen. Im Kampf. Was? Äh, nein. Die Flucht ist jetzt ganz bestimmt nicht. Oh. Da draufstehen ist anscheinend nicht so geil. Ist, äh, nicht so geil. B, 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 b. Wie damals mit dem Nicht- äh, mit dem Winzigen auch sein. Ja. Meins auch. Da. Und da gehen wir in der nächsten Folge raus. Also bis dahin. Tschüss.